wir haben das echt gut gemacht ich habe auch überlegt ob ich einen machen soll aber woher soll ich wissen dass ich ja aber die kippe war zwar sehr offensichtlich aber es ist halt wieder so ist zwar ein 50 50 aber die sind die sind die report geklickt habe und oben im dropship auf der rampe lag die andere leiste die wurde aber gefressen ja eingang elektrik dass ich das noch kurz dazwischen werfen das ist nicht der definitiv ja auch nicht ja aber eine sekunde alt ist der nur übrigens der vor eingang elektrik drinnen oder draußen genau in der tür genau in der tür ich muss mal ganz kurz aufgreif skippen ja also ich war mit clean homie glaube ich rechts an der redernode stehe jetzt an der zunentür von wir waren da mit euch am eingang elektrik also bine war da offensichtlich das gemacht hat und ich kriegst du hast den bot kaputt gemacht sonst niemand ich stand genau in der zwischen drin und da ist sie umgefallen und haben schlangen blätter als ich die tue aufgemacht habe ich habe leider nichts gesehen ich war gerade kam aber ich war gerade im pass nee nee kamo war nicht an aber licht war aus und ich habe sagen dass sie stand genau in mir drin habt ihr top gesehen nein ok der ist nämlich auch eingang elektrik das kann ich so bestätigen bin gerade in die trap gelaufen aber der killer dürfte der killer dürfte dürfte dass du willst als guter keks das sind deine punkte da müsste eigentlich noch immer das war ja so ein gag ja wie gesagt ich habe erst nach report gesehen dass da blätter waren also ich weiß nicht wir sollten top einfach voten glaube ich das heißt alle die ihr seht sind raus für den kill macht's gut aurel denke ich war nicht so wunder warum werde ich hier die ganze zeit angeschrien du spinn my head right round right round when you go down when you go down down und 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 Okay, ähm, Chris K. wurde vom Ninja getötet, äh, oben im Lab, unter der Teleskop-Task. Der Ninja könnte theoretisch Clean Homie gewesen sein, den hab ich nicht in den Lab reinlaufen sehen, der kam auf einmal vom MedBase-Scan. Der ist in die obere Decon und muss dort eben grad gestorben sein. Okay. Haben wir denn noch einen Good-Guess-Er? Ja. Aber es, also, von den Informationen von letzter Runde... Also an meine werte Poster-Kollegin, wir haben einen Trapper namens Aurel. Ja, du solltest topen auf Ninja-Gessen. Ehrlich. Ich dachte, das wär letzte Runde ein bisschen rübergekommen. Du mal, der Arm. Sorry. Ich hab's mir gedacht, aber ich war zu unsicher, tut mir leid. Alles gut, alles gut. Ich hab's auch erst... Wo sind denn alle jetzt grade? Weapons? Ich steh im Specimen des Simon Sesters. Ich steh im Specimen des Simon Sesters. Ich steh im Storage. Ich wollte zu Lightstorm mal gefixt, dann an die Tür zu Storage suche ich grad rein. Aha. Ich finde, du tue, ich hab keine Ahnung. Also, Jest hab ich das letzte Mal zusammen mit Mexi, glaub ich, an der Pylone und der Lab. Wen? Jest. Ach so, Jest. Ich steh eher electrical am Download. Wer war grad oberer Deacon? Kriegen wir das raus? Nicht Connor? Wer wurde denn reportet? Äh, ich hab Chris Kaye, äh, oben im Lab reportet. Clean Homey muss eben grad in der oberen Deacon gestorben sein. Nee, ich glaube, dass derjenige sich melden wird. Und was ist mit Jazz? Die wurde gecleant, oder was? Nee. Brake Zeit. Und Highlighten? Lisa, wo warst du? Äh, ich hab grad gecallt, ich bin in Storage. Ich wollte Lights fixen, war schon gefixt, dann bin ich zur Storage. Die Tür war zu. Und ich musste sie öffnen. Ich war noch nicht im YouTube, stimmt's? Ja. Tup, 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 tup. Ich merk schon, in dem Imposter-Mate, Marshall hat 10 von 10. Ja, ich weiß was du meinst. Ich sag mal. Hallo, ich bin der Jess mit dem Baitreport. Nein, jetzt sag mal bitte ein bisschen Ich weiß nicht, also die Leiche ist einfach umgekippt über mir Wo denn? In O2 Boiler Room Boiler Room? Ja, dann kann ich wieder raus Nightworks, du warst bei mir, ne? Yes Nightworks würde ich auch dafür rausnehmen Oh Okay Was soll doch der Bait? Ja, aber woher weiß denn jemand Hat er was? Hä? Als er nie mehr war raus, hatten wir noch eine Sichtbarkeit Hat er gegessen oder was? Oder er muss gegessen haben, ja Kann es sein, dass er gegessen wurde? Ich hab keine Ahnung Keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwas Auffälliges gemacht, hat was gesehen oder ist Trader dahin gelaufen oder war die Snitch oder I don't know Ich weiß das nicht Weil das Ding ist, guck mal, warum soll Jess nochmal betonen, dass der Maid von Tobe doch Aurel auf Trapper gegessen soll, weil der das offensichtlich gecallt hat Oder hat er das gemacht, um sich selbst ein Alibi zu verschaffen? Weil jetzt weiß ich sowieso nicht der Troll so oft, sorry Ja Also dieser Kill muss auch ein paar frisch gewesen sein Das passt schon Bait mäßig, aber Keine Ahnung Was hast du gevotet, Biene? Nach Gefühl Äh, tatsächlich ja Paine Hab ich demnächst vor Sternchen Danke dir für dein Raid Willkommen an alle Raider Äh, ja Paine Ich hab demnächst vor, das zu machen Tatsächlich Vielleicht sogar schon nächste Woche Hab Weapons weiterge... Und vielleicht auch spontan Änder ich diese Woche noch was Das quasi Äh, auch Später Stunde Eine Anfängerrunde stattfindet Die Anfängerrunden kommen echt sehr gut an Gefallen mir selber auch Der Rest war alleine Ähm, wen hast du gevotet, Nightfox? Äh, ich hab hier Visa gevotet Warum Visa? Einfach nur Gefühl Lol, das war auch mein Gefühl Aber warum? Was war da? Ich dachte, dass du dich dann so Drei Stimmen bekommst Äh, hä? Hm, das ist natürlich Anlaki Aber warte, ich probier das mal aus Das war deine falsche Entscheidung Du kleiner Sportsfreund M'kixio Oder wie auch immer Danke für den Follow Wir kommen im Stream Kuss, kuss Man sieht es immer noch Aber von den anderen meinst du, ne? Oh Mann Hä? Ich glaube, Yuka hat auf mich geschossen Ich bin mir nicht sicher Ich verstehe nicht Also ich verstehe nicht, warum sie das getan haben sollte Äh, das erschließt sich Vielleicht hat sie sich verklickt Also wir sind zusammen Wir waren zusammen in Weapons Haben Asteroiden gemacht Sie sind zusammen hoch zum Lab gelaufen Darf ich kurz unterbrechen? Wir sind beide zusammen gestorben Maxi und Yuka Wir müssen Lover gewesen sein Oh, das ist auch möglich Aber dann ist sie Kann kein Bait sein Ne, ne, Bait ist er sowieso nicht Ja, sag ich ja Nein, wegen Lover Kann kein Bait sein Moin hab ich Sie lag halt auf einmal tot neben mir Ich war total überrascht Weil ich die Tür aufgemacht hab Zu Electrical Du bist Lifeline oder was? Ne, ich bin nicht Bösebine Ich hab nur gerade nicht verstanden Warum Visa Also ich hatte nicht gehört Dass ihr sie gesasst habt Sogar Ich hatte nur gehört Dass Maxi sie rausgenommen hat Nein, nein Ich will nur erklären Warum Ich hab gerade geskippt bei Visa Bin ich ehrlich zu euch Ich dachte nicht Dass da so viel drauf geht Mein Gefühl hat einfach gesagt Visa ist ein Killer Allein freien vom Reden Keine Ahnung Und ich dachte nicht Dass die drei Stimmen bekommt Und der rausfliegt bei Ich hab extra nicht gecallt Wen ich gewohntet hab Gleich halt Äh Das Problem ist Es muss einer von euch beiden sein Denn ich bin der Crewmate-Gesser Sonst hätte ich Tob nicht rausgegessen Wüsste ich Ja Wenn ich Wenn ich wüsste Was Maggie ist Wenn für dich Für dich kann dann ja Meiner Meinung nach Muss Maggie böse sein Weil ich ja für mich gut bin Dann würde ich dir sagen Aber ich weiß nicht Was Maggie ist Ich wohne jetzt Maggie Weil ich den glaube Warum wohntest du mich? Ja weil Weil ich Selina glaube Und ich nicht böse bin Was soll ich denn da voten? Ja ich würde dich Voten wie nicht Ich glaube du playst uns Ja ich play hier gar nichts Doch ich glaube Du hast den anderen Lava gekillt Und Dann GG Nee alles gut Wir haben richtig gebootet Naja ich bin der Tracker gewesen Na Ist du bereit Ah no Echt warst du Tracker? Das gönne ich dir Smaggy Danke dir Kuskus Ja also für den random vote Danke Smaggy Also Sorry Ich war richtig perplex Vor allem Ich auch Also kein Ding Wenn jemand mich Aufgrund von Movements Zast oder so Und dann wartet Alles gut Obwohl ich dir so Kein Kill Nichts gemacht habe Maxi du hast sie gebissen Sie ist umgefallen Dann habe ich dich gekillt Hätte ich dich vorher gekillt Hätte sie überlebt Und dann wäre ich Ultrasass geworden Bitteschön Bitteschön Danke Maxi ARD Text im Auftrag des ZDF Bis zum nächsten Mal.